Das erste Lied, das heißt Die erste Kokosnuss Untertitelung des ZDF, 2020 Deine Postkarte kam an einem Freitag an Ich weiß nicht, ob das was bedeuten kann Ich saß in einem kleinen Büro und draußen gab's Regen Auf der Briefmarke war ein tropisches Tier Und du schriebst, na Kumpel, wie geht es dir? Ich hoffe, alles geht aufwärts bei dir da drüben Und du hast heute deine erste Kokosnuss gepflückt Du hast heute deine erste Kokosnuss gepflückt Deine erste, du hast heute Deine erste Kokosnuss gepflückt Du hast heute deine erste Kokosnuss Deine erste Kokosnuss gepflückt Ich sitz in nem Meeting und würd mich lieber legen Bin noch mühe, schau mich vorsichtig um Und ich frag mich, wie lang ich das wohl noch ertragen kann Einer erzählt was vom Umsatz in Schweden Und dann fang sie wieder an, durcheinander zu reden Und ich denke, oh Mann, was geht mich dieser Wahnsinn an Du hast heute deine erste Kokosnuss gepflückt Für mich geht's immer weiter so, jeden Morgen ins Büro. Zwischendurch mal aufs Klo und zur Kaffeemaschine. Und du liegst da am Strand, ein Cocktail in der Hand. Neben dir die Kokosnuss und Sonnenschein. Du hast heute deine erste Kokosnuss geflückt. Sie dürfen ruhig mitsingen, ja? Der Text ist, glaube ich, nicht so schwierig. Jetzt mit der Kokosnuss. Vielleicht können wir das mal üben. Okay, jetzt eins, zwei, eins, zwei, drei und alle. Du hast heute deine erste Kokosnuss geflückt. Jawohl. Du hast heute deine erste Kokosnuss geflückt. Sehr schön. Du hast heute deine erste Kokosnuss geflückt. Du hast heute deine erste Kokosnuss. Deine erste Kokosnuss geflückt. Okay. Das ist die letzte Sprache. Weil ich, wenn mir der Text einfällt. Eine Tasse mit dampfendem Kaffee steht vor mir. Stimmen im Flur. Ich schließe die Tür. Und dann diesen einen Satz von dir noch einmal zu lesen. Du hast heute, äh, ich hab heute meine erste Kokosnuss geflückt. Jetzt ist es genug, mich hält nichts mehr hier. Ich buche den Flug und bin bald bei dir. Und dann werden wir die ganze Nacht Kokosnüsse verlesen. Du hast heute deine erste Kokosnuss geflückt. Sehr schön. Du hast heute deine erste Kokosnuss geflückt. Deine erste. Du hast heute deine erste Kokosnuss geflückt. Du hast heute deine erste Kokosnuss. Deine erste Kokosnuss geflückt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020